Die westliche Welt unterscheidet nur zwischen vor Christus und nach Christus. Für mich zählt nur der Augenblick, in dem ich dir begegnet bin. Nachdem ich mein Leben lang anders war, führte ich endlich ein glückliches Leben. Doch der Tag, der alles veränderte, änderte auch die Art, wie uns die Welt sah. Und auch du sahst mich mit anderen Augen. Ich muss diese Reise antreten, ganz gleich wie schwer sie wird. Und dann wirst du mich wieder lieben. Kommen Sie bitte mit, Sir. Warum wollen Sie nach Washington DC? Ich möchte den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen. Ich muss ihm etwas sagen. Ich möchte den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen. Ich möchte den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen. Ich möchte den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen. Mr. President! Mein Name ist Han und ich bin kein Terrorist. Ich möchte den Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen. Ein Name ist Han und Bedür���stimme. Kim ist св Antrinינ jamais verborgen. Vielen Dank.